Hallo und herzlich willkommen zum Brizzy Talk, zusammen mit Lukas und Moritz, eure Gastgeber. Herzlich willkommen. Moin, moin. Alter, ich darf nicht so viel lachen, wirklich. Wir müssen heute eine unlustige Folge machen. Okay. Lass richtig ernst bleiben. Sonst reißen meine Nette auf, dicker No-Care. Wir dürfen nicht so lachen. Ja, lass einfach so die ganze Zeit so richtig monoton reden. Lachen und nicht lachen. Ey, by the way, weißt du, was mir jetzt gerade aufgefallen ist? Wir hatten schon übel lang nicht mehr dieses Ding, wo du oder ich gefragt hab, yo, was ging eigentlich die Woche? Digga, wir hatten immer, wir waren immer gut versorgt mit irgendwelchen Themen. Digga, das ist eigentlich so solid. Ey, aber jetzt, bevor du die Zuschauer verwirrst, call doch, warum reißen die Nette, wenn du lachst? Stimmt, ja. Oh, Digga, jetzt grinst die ganze Zeit. Äh, okay. Und zwar wurden mir meine Weisheitszähne entfernt, äh, am Freitag. Und, ja, was soll ich sagen? Es, es ist eigentlich gar nicht, äh, so übel schlimm, wie, wie man so sagt. Yo, die reißen dir so die Zähne raus, so die Operation übel entspannt. Digga, ich weiß wirklich, ich bin da hingegangen, 8 Uhr oder so. Ganz genau die Zeit weiß ich nicht mehr. Ich glaub, 8 Uhr 15 oder so hatte ich einen Termin. Und dann hab ich einen Corona-Test gemacht. War negativ. Und, ja, dann wurde ich direkt reingedingt, so. Der hat mir so ein Getränk angeboten. Also, was ist das angeboten, Digga? Ich sollte halt damit meinen Mund ausspülen, damit mein Mund so taub wird, weil es irgendwie so Betäubungszeug irgendwie war. Dann hab ich mich da hingelegt. Der hat mir so die Spritzen, äh, in die, äh, Backe und in die, äh, ja, halt komplett im Mund da rumgestochert, überall so, äh, ja, Narkose-Zeug reingeballert. Und, Digga, du hast direkt nach 5 Minuten oder so, also eigentlich ging's nicht mal 5 Minuten, du hast direkt so gemerkt, yo, scheiße, Digga, was geht jetzt ab? Ich hab richtig miesen Film geschoben, Digga, hab mich richtig entspannt dann auch. Und, ja, dann kam halt die Operation, Digga, ob wir jetzt sowas, ist halt nicht angenehm, aber es ist jetzt auch nicht so ein highly unangenehmes Ding. Also, man kann das schon mal, man kann es einmal machen. Mhm, okay. Und, ja, jetzt werden übernächsten Montag, werden mir meine Fäden gezogen und dann ist alles good to go. Wow. Weil, also, im Moment ist eigentlich auch alles good to go, weil ich mir jeden Tag, ähm, bisher vier, äh, Ibuprofen 600er reingeballert hab, Junge. Junge. Also, Digga, holy shit, du bist ja richtig auf Schmerzmittel. Du gönnst dir, Digga. Ja, ja, ich, Digga, ist wirklich ganz, ganz, äh, wilde Nummer. Naja, und dann, äh, ja, ist es jetzt auch dann eigentlich soweit schon fertig. Also, Digga, ich mein, es tut, es tut auch, ja, gut, weil ich auf Schmerzmittel bin, es tut eigentlich kaum weh. Ich mein, kühlen tu ich's trotzdem, aber, ja. Ich sag dir aber auch so, wie's ist, Hamsterbanken sind da, nimm mal so zu sagen. Ja. Ich seh aus wie der größte Scheißhamster, Junge. Und dann noch ne, ne schöne Frisur, wie ich grad gehört hab. Ja, ich kann mir, meine Haare sind jetzt mittlerweile wieder auf Lockdown-Länge angekommen. Ah, Digga, die, wie nennt man das? Alliteration. Alter, Digga, ich hab jetzt nicht gedacht, dass du darauf hinaus willst, auf Alliteration. Oha. Die, die Lockdown-Länge ist am Start, weil mein Haar, äh, und, äh, ja, jetzt kann ich mir so ne, so ne, ne Palme machen einfach. Ach, ja, moin. Natürlich. Ja, ich mein, ich bin jetzt ne Woche krankgeschrieben, was soll ich tun? Junge, jetzt muss ich mir mit meinen Haaren vergnügen, Junge, das ist das Einzige, was mir noch Lebensenergie spendet. Okay. Natürlich. Ne, also ich muss sagen, äh, zum Glück, äh, ja, weiß ich nicht, so mit Zähnen, ich versteh Leute nicht, die so ultra Angst haben vor, keine Ahnung, so Zahnarzt oder so. Also, weiß ich nicht, warst du so ein Kind, was sich so gedacht hat, Alter, ich hab Ultraschiss vom Zahnarzt? Nein, Digga, also, obvious, Digga, niemand geht gerne zum Arzt in den meisten Fällen. Also, du denkst dir halt so, oh, Digga, so Schmutz, jetzt muss ich da schon wieder hin. Ähm, aber, ja, am Ende hast du ja auch wirklich eigentlich keine Angst, weil, ich mein, da bist du, normal hast du ja so ne Angst eigentlich nur, wenn du so ein kleiner Butschi bist. Und dann gehen die ja auch extrem vorsichtig mit dir um und generell jetzt auch bei den Ärzten, wo ich bin, Digga, übel nette Leute, no joke. Hm, ja. Also, ich weiß nicht, was da bei irgendwelchen Leuten, äh, ganz, ganz anders gelaufen ist als bei mir, dass die da so heilig Angst vorhaben. Ja. Safe. Ja, das Ding ist, ich muss sagen, so, keine Ahnung, ich hatte jetzt auch nie irgendwas Schlimmes. Ich mein, okay, ich war zwar so gefühlt alle zwei Wochen einfach beim Zahnarzt früher als Kind, weil ich irgendwelche Löcher in den Zähnen hatte. Ja, Digga, weil du jetzt wieder Schokomoffin-Zwiebeln hast. Ja, also, da war ich so legit die zweite Woche einfach. Ja, und dann wurde mir einmal, mir wurde einmal so ein, so ein abgestorbener Zahn halt gezogen. Oh, Digga, als ob du das hast. Digga. War dein auch so richtig gammlig? Nee, also, ja, also, ich weiß nicht, ich hab jetzt, ich hab jetzt ja auch für jetzt nicht so, das war halt so ein, so ein Backenzahn. Das heißt, ich hab jetzt da nicht hinten, so hinten reingeguckt und geschaut, ob der gammlig war, aber ich sag mal so, er hat sich sehr gammlig angefühlt, sag ich mal. Also, Digga, ich darf nicht lachen. Oh, das tut weh, wenn ich lache. Ja, da hat die halt auch so, da hat die halt so, so mein, auch so mein, so meine Backe halt kurz so betäubt und dann, Jalla, Abfahrt, Zahn, raus, den Aal und dann, ja, war das dann auch schon eigentlich gegessen. Mhm. Ich weiß nicht, diese, ich kann mich zwar nicht mehr wirklich daran erinnern, aber ich weiß noch, dass diese Narkose so sich ultra weird angefühlt hat. Ich weiß nicht, die Narkose, die war bei mir ultra nice und du hast wirklich im Mundraum gar nichts mehr gespürt und dein kompletter Körper war auch so übel, laid back und gechillt und egal. Ja, weil bei dir war das ja, ja, bei dir war das ja nochmal viel, viel krasser. Bei mir war das ja, glaube ich, legit nur so, dass sie so diese eine Stelle da so kurz was drauf geballert hat und deswegen war das so, dass ich so zwar so den Mundraum so noch gespürt hab, irgendwie, aber so dieses eine Ding nicht und dann hat sich, ich weiß nicht, das war irgendwie weird. Ich kann's noch nicht beschreiben, aber naja. Aber ich sag dir so, wie es ist, also die, die Operation und so war bei mir eigentlich ganz, wie ich, die war übel entspannt. Ich meine, der, äh, ich, viele haben erzählt, dass sie einfach während der, während der OP irgendwie Musik mit einem Arzt gehört haben. Okay. Aber, aber ich weiß nicht, das Ding ist, ich wollte ihn dann auch fragen, ob wir ein bisschen Drake hören können, aber das Ding ist, mein Mund war so betäubt, ich konnte nicht mehr sprechen. Das Einzige, was du noch gehört hast, war so, äh, weiß nicht, so ein, so, weißt du, dass du halt noch so auf so Fragen mäßig antworten kannst. Ja, ja, so, und, mhm. Ja, ja, so ungefähr. Und, ähm, ja, fand ich ein bisschen wack, dass ich da nicht meinen Drake anhören konnte, aber, naja. Als ob du den dann so gefragt hättest, yo, können wir müssen Drake hören? Der hätte safe, ja gesagt, der Typ, weißt du, er hat auch gar keine Fix gegeben. Mitten im OP, Junge, wird so angerufen, er holt extra so Butler-mäßig ran, der hält ihm dann das ganze Telefon so ans Ohr und der labert dann einfach da. Ey, was? Das würde ich ultra aufhacken. Ja, der hat mich auch übel abgefuckt, weil ich dachte so, hä, Digga, nimmt der jetzt seinen Job nicht ernst oder was ist da jetzt los? Ja, Digga, bevor der dann meinen Mund irgendwie kaputt macht. Aber nee, Digga, das einzig Unangenehme bei der Operation war wirklich, dass du so eine Stunde, eineinviertel Stunden, was hier halt da war. Eineinviertel Stunden, oah. Ja, es geht eigentlich. Also dafür, dass hier vier Zähne entfernt werden, ist schon eigentlich ziemlich fast. Das Unangenehme ist halt wirklich, dass du die ganze Zeit den Mund aufhaben musst. Ich meine, dafür gibt es extra so Teile, die dir in den Mund gemacht werden, damit der so die ganze Zeit offen bleibt. Oh, so die Dinger sind doch ultrascheiß, what the fuck. Ja, also es sind so quasi wie so so Teile, wo du quasi dauerhaft einfach drauf beißt. Die halt dann deinen Mund so offen lassen. Das ist eigentlich, also es ist halt jetzt nicht so übel unangenehm, aber auf eineinhalb, eineinviertel Stunden gesehen ist es halt, ist halt schon scheiße, Junge. Ja, ja, okay. Aber overall hätte ich es mir wirklich viel, viel schlimmer vorgestellt. Ich meine, danach, wie ich meinen Mundraum, Digga, hat so lange geblutet, ne? Ich glaube, ich habe, äh, eineinhalb Stunden, hat der einfach durchgeblutet und ich hatte dann auch so Watte-Dinger, hat er mir mitgegeben, auf die ich beißen konnte, damit du ja quasi das halt so abdrückst, dass da halt kein Blut mehr so durchfließt, weißt du? Mhm. Und ja, dann war das aber auch relativ easy und genau. Es war eigentlich ganz, ganz entspannt, also keine Angst vor Weißheitszahnentfernung. Okay. Ey, ich weiß nicht, ähm, ob ich es dir schon gecallt habe, aber äh, das Wetter ist ja zurzeit sehr, sehr weird. Heute war es ultra warm, dann ist es irgendwie nächste Woche wieder ultra kalt, jetzt also keine Ahnung. Auf jeden Fall war es, ich weiß glaube ich, dieses Mittwoch oder so, hat es glaube ich, äh, ein bisschen gestürmt und, äh, weißt du, ich hatte gerade Schulschluss, eigentlich war so den ganzen Früh des Wetter ganz in Ordnung, ähm, ich gehe, laufe so nach, also ich weiß gar nicht, wo ich hingehe, ich laufe so durch den Park halt in der Stadt bei uns und plötzlich fängt es insane an zu stürmen. Denkt mir so, ja, okay, gut, laufe es halt einfach weiter, juckt ja nicht, es hat zum Glück ja auch nicht noch das Regnen angefangen. Aber, Dicker, dann, ich bin so mit so einem, halt so einem Klassenkameraden da durchgelaufen und dann callt der so, imagine, dir fällt, ähm, so ein Ast auf den Kopf und legit 10 Sekunden danach, bam, Ast auf meinen Kopf gefallen. Dicker, ich, und das Ding ist, das war so, weißt du, ich war so richtig abgefuckt, weißt du, das war so ein richtiger Scheiß-Schultag, ich denk mir so, geil, endlich Schluss, mir so richtig sauer da durch diesen Park spaziert, dann callt der, Typ, imagine, dir fällt ein Ast auf den Kopf und dann, bam, direkt Ast auf den Kopf und, Dicker, ich sage dir, ich, ach, scheiß drauf, ich, ich war, ich war so, ich war so komplett confused, bin dann so nach Hause gelaufen und dann sagt meine Mama so, hä, du blutest am Kopf und ich so, äh, was, Bruder, äh, ja, ich hab sogar einfach geblutet, also, wirklich, kann's nicht ausdenken. Das Ding ist, äh, das, äh, sieht man halt, also, das ist auch voll oft einfach so, Dicker, manchmal, man blutet einfach irgendwie und rafft es, äh, rafft es selber gar nicht, weil man's, weil man's auch irgendwie nicht spürt. Aber zu dieser Stürmengeschichte hab ich actually auch eine Story. Nur musst du überlegen, ja, ich weiß nicht, es hat ja irgendwie zwei Tage so ultra gestürmt, also kann ich's nicht mehr genau sagen, wann das war. Aber an dem Tag war's nochmal richtig heftig und, äh, dann bin ich auch so mit dem Bus halt heimgefahren, ganz normal, bin dann auch so, ja, unsere Straße entlang oder beziehungsweise zu unserer Straße gelaufen und dann, äh, steht, haben wir da so einen, so einen Platz und da steht halt der Maibaum drauf. Und dieser Maibaum, Junge, du musst dir einfach vorstellen, er, er war so, ähm, weiß nicht, die ersten sieben Meter oder so war, war er straight einfach und dann, Junge, ist er richtig, richtig dolle verbogen worden, weil der, weil der Wind ihn so geknickt, also wirklich, Digga, holy shit. Meine Mutter hat dann gemeint, irgendwie, da war, äh, Feuerwehreinsatz oder so, weil der fast umgewogen wäre. Und der war richtig krass anscheinend und ultraheftig, aber ey, by the way, ich kann, äh, die von dieser Woche kann ich ultraviele Sachen erzählen, weil ich hab, ähm, neue Sachen ausprobiert. Und zwar war ich einmal, äh, okay, das ist keine neue Sache, die ich ausprobiert hab, aber einmal war ich bei Pizza hart und ich kann's euch, ich kann's euch nicht empfehlen, Leute, geht nichts, also, nein, Digga, ich weiß nicht, ich hab's nicht so gefühlt, weil irgendwie die Pizza, so der Teig unten, der am Boden, er hat sich, er hat wirklich so geschmeckt, weil normal machst du ja so Krapfen, wie wir's nennen, oder wie's Retards nennen, Berliner, mach sie ja so, schmeißt sie ja so, schmeißt sie einfach so in so Fett oder so rein und dann brutzeln die da vor sich hin. Und, ähm, ja, so, weiß nicht, die Pizza, legit, sie, sie hat so ausgesehen und so geschmeckt, als hätte sie eine halbe Stunde einfach im Fett geschwommen und sich komplett aufgesäuert. Digga, es war auch so widerlich, hat mir gar nicht geschmeckt und vor allem, Digga, ich hab so viel Geld dafür bezahlt, für so eine Kackpizza, für so eine kleine, okay, die hat mich, die hat mich wirklich satt gemacht, aber auch nur, weil dieser, weil da irgendwie so ein halbes, äh, halber Kilo, äh, Käse war da oben drauf und da, Digga, hab ich elf Euro oder so für jetzt, Digga, what the fuck, man. Ja, ich weiß nicht. Eine kleine Pizza. Ja, wie kann das sein, dass es so fettig ist? Als Digga, legit, als, also, das ist ultra weird, I don't know. Das Ding ist, das ist so... Wirklich, what the fuck, die, es hat sich so, es hat so geschmeckt, als hätten die das Teil einfach nur im Ofen gemacht und dachten sich dann noch mal, ja, komm, noch mal für den extra Pimp schmeißen wir das Ding noch mal aggressiv in, äh, die Fritteuse rein, Junge, und braten das noch mal ordentlich durch. Wirklich so... Junge, what the fuck. Es war, es war wirklich nicht nice. Mein Magen hat sich, mein Magen hat sich nicht gefreut. Ich kann mir auch richtig vorstellen, wieso, wieso das richtig so eingeweicht ist, so in Öl gewesen. Oh, Digga. Nee, nee, es war, es war nicht eingeweicht, sondern es war schon so, es war halt so eine harte, ölige Kruste, so. Weißt du? Weiß ich nicht, aber egal. Es war halt wie so, wie so, wie so, wie so, wie so Pommes einfach. Wenn die so richtig goldbraun sind. So ungefähr. Ey, aber wo wir jetzt gerade bei Essen haben. Warte, 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 warte kurz. Dann, dann habe ich noch einen Laden entdeckt, und zwar einfach so ein Bubble-Tea-Laden. Digga, no joke, aus was bestehen diese Bubble-Teas? Ey, ich habe noch nie so Bubble-Tea getrunken, da musst du mir mal zeigen, wo der ist, Digga, da muss ich auch noch mal ziehen. Ja, der ist da, wo der Dunking Donut, äh, früher drin war. Hä, ist der nicht mehr drin? Also, nee, 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 hab ich mir auch gewundert, Digga, ganz komisch. Ich dachte, der wäre da noch. Mhm. Weil ich dachte, der lief auch ganz gut, weil, Digga, da war eigentlich jedes Mal, wenn ich so dran vorbeigelaufen bin, war da so gefühlt halbe, halbe Kilometer Schlange davor. Aber ich meine, gut, während Corona, sag ich mal so, ein bisschen kritisch. Ja, aber das ist doch eine riesige Kette, als ob die da einfach so gekommen wäre. Also, der Laden hat jetzt... Idiot, das ist ein Franchise-Unternehmen. Wenn da ein Laden pleite geht, dann geht der halt pleite. Das ist ein Franchise? Ja, wie McDonald's, hä? Ja, gut, wusste ich nicht. Oder? Also, ich glaube ich zumindest. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber safe ist es ein, safe. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann mit meinen Arbeitskollegen ein bisschen über Bubble-Tier unterhalten, weil ich halt, Digga, hab das auch noch nie getrunken, reizt mich jetzt auch nicht so unbedingt. Und dann haben die gemeint, ja, irgendwie ist es krebserregend, Digga, und dies und das. Ah, chillig. Ja, gut, also muss es jetzt nicht sein, Digga. Perfekt. Ja. Okay, also jetzt mein... Also, ich habe eigentlich keine Essens-Story leider, aber ich kann ein kurzes Showdown geben, weil ich weiß nicht, ich habe die gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich war so mit meiner Mom kurz nochmal schnell einkaufen, weil die halt so gemeint hat, ja, wir brauchen noch schnell was, und dann, ja, bla, 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 und dann habe ich mir so ein paar Gummibärchen mitgenommen. Und dann haben die diese Haribo-Bunte-Schnecken gehabt, und Digga, die habe ich schon so gefühlt zehn Jahre nicht mehr gegessen, und Digga, jetzt habe ich die gerade aufgemacht, habe die so mal wieder getriet, und Digga, ich habe sie jetzt so in so einer Stunde einfach komplett leer gefressen, die komplette Packung, Digga. Was sind bitte Haribo-Bunte-Schnecken? Ja, das sind so wie so Lakritz-Schnecken, bloß dass es halt kein Lakritz ist, sondern geile Gummibärchen, weißt du? Bunte Schnecken-Hari, äh, Digga, also, okay, ich habe hier, ich habe hier was Ekelhafts gefunden. Okay, hey, Digga, du frisst, also, da kommt ein weirdes Bild, ähm, ja, ähm, hä, die isst du, die Dinger? Nee, also, weiß ich nicht, feiere ich nicht. Warte, warte, ich google auch mal. Diese Dinger identifiziere ich einfach straight up immer mit Lakritz, und deshalb raus, deshalb wirklich einfach raus. Ey, legit, die sind Baba. Sure. Ich will sie nicht essen. Lieber nicht. Ey, aber weißt du, was ich diese Woche noch getrived habe? Digga, ich habe so viel Geld für Essen ausgegeben. Ich glaube, ich war am Ende bei 20 Euro, Digga. Holy shit. Dann habe ich irgendwie mir ein Burrito geholt. Digga, Burrito actually underrated. Holy fuck. Digga, das ist so nice. No dog. Ich habe gerade irgendwie, was ist nochmal ein Burrito? Burrito. Digga, das kann man nicht mehr schnell. Scheiße, ich bin irgendwie brainaufgabe gerade. Achso, Burrito. Ja. Okay. Ja, auf die. Digga, das Ding ist ultra geil. Weil, aber, das konnte, also, ich, ich wollte, das Ding ist, eigentlich wollte ich es nicht nehmen von Anfang an, weil ich mir dachte, komm, es kann eh, es wird mir nicht schmecken und dies und das. Aber dann, da ich mir, komm, scheiß drauf, ich werde es einfach tryen. Und, ähm, ja, habe dann das erste Mal einen Avocado-Burrito mir reingeballert. Okay. Ähm, ja. Das erste Mal Burrito, das erste Mal Avocado. Und Avocado, also ich will jetzt wirklich nicht irgendwie die Avocado-Szene komplett schlecht machen, aber, Digga, es schmeckt aber nur scheiße. Wirklich. Wer hat sich denn Avocados ausgedacht? What the f- Ja, hä, Avocados finde ich. Okay, Avocados, als die, äh, Avocados, dass ich das erste Mal eine Avocado gegessen habe, ist legit noch nicht mal so lang her. Das ist vielleicht so ein Jahr her oder ein halbes. Und, Digga, ich weiß nicht, im ersten Moment hat es einfach so geschmeckt, als würde ich so straight up Gras essen. So, weiß ich nicht. Und dann, muss ich sagen, habe ich es irgendwie gefühlt und zur Zeit esse ich, also jetzt nicht oft, aber so manchmal so Avocado einfach, einfach straight up mit so ein paar halt so Salz, Pfeffer und so, bla bla bla, einfach auf meinem Brot. Weiß ich nicht. Und das, das geht eigentlich. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch irgendein anderes, ähm, anderes Gewürz oder so war, oder ob es wirklich an der Avocado lag. Ja, aber das Ding ist, es kann ja auch sein, dass es im Burrito so overall dann scheiße ist. Und dein Geschmack ist irgendwie verwirrt, Lukas. Deswegen, ganz ehrlich, das kann auch der Grund einfach sein. Ja, das, ich würde, weil, ich habe jetzt mal gerade gegoogelt und Avocado ist echt schön eine Frucht. Digga, ich dachte, das wäre ein Gemüse. Aber es schmeckt irgendwie, es schmeckt nicht wie eine Frucht. Junge, what the fuck. Das, Digga, es schmeckt halt, es schmeckt halt nicht süß oder so. Und in my, in my opinion müssen Früchte eigentlich meistens süß schmecken, weißt du? Hm. Ja, weiß ich, auf jeden Fall, das hat mein, falls du mal wieder eine Avocado im Start hast, ich würde mal ein bisschen was probieren. Aber ich glaube, es lag actually daran, dass es mir nicht geschmeckt hat. Aber Burrito overall wirklich empfehlenswert, war mega nice. Ja, oder ja. Okay. Jetzt, Digga, jetzt ist mir irgendwie auch was geworden, keine Ahnung. Ja, ansonsten, Digga, weiß ich nicht, war die Woche auch irgendwie nicht so erfolgreich bei mir. Ich kann mal kurz callen, ich habe es dir eigentlich schon erzählt, aber am Donnerstag hatte ich wieder schönen Schwimmunterricht. Es war wirklich der größte Abfuck. Ich bin so reingefahren zum Schwimmunterricht, Digga, erstmal schön, Bus verpasst, so halb zu spät gekommen. Digga, ich bin legit dann auch die letzten zwei Kilometer so gefühlt dahin gesprintet und bin auch so gerade ansatzweise rechtzeitig gekommen. Dann callt der Lehrer mir so plötzlich random, ja, Alter, bist du eigentlich gut ins Schwimmen? Ich so, nee, überhaupt nicht. Dann sagt der so, ja, was hast du im ersten Halbjahr gehabt? Ja, und wie viele Punkte hattest du da? Dann sag ich so, ja, ich hatte also Batman und dann hatte ich so, keine Ahnung, 13 Punkte oder so. Dann sagt der so, ja, Digga, dann mach einfach nur noch eine Techniknote, juckt mich eh nicht und dann verbesserst du dich eh nicht und ja, dann kannst du basically zu Hause bleiben. Das heißt, ich habe mich so zwei Bahnen eingeschwimmt, dann habe ich noch so eine Bahn Techniknote schwimmen gemacht und dann bin ich einfach wieder straight up nach Hause gegangen. Und beim nach Hause gehen, chillig, habe ich schon wieder meinen Bus verpasst, wieder zu spät gekommen, Digga, so eine scheiße, legit. Ich, wirklich, der Tag war es auch einfach nicht. Da war ich basically so einen kompletten Nachmittag unterwegs, für nichts. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann habe ich festgestellt, scheiße, ich muss noch zur Fahrschule und bin dann straight up, als ich wieder zu Hause angekommen bin, einfach wieder losgegangen. Ja, perfekt. Also, es war wirklich Barbertag, Kappa. Ja, es klingt absolut reudig. Es klingt so. Vor allem, ich check nicht, dass du so lange mit dem Bus unterwegs bist, es bloht einfach nur mein Mind. Für vorliegenden Schwimmunterricht, wo du fünf Minuten drin bist und dann, hey, die jalla, Jojo. Ja, also, ich meine, so schlimm war es jetzt obvious nicht, aber, ähm, es war halt schon ein guter, gut Abfuck, sag ich mal. Ähm. Verständlich, verständlich, what the fuck. Das ist ganz klar. By the way, ich habe ja noch nie Corona-Tests gemacht. Ja, ich auch noch nicht tatsächlich, außer diese Selbst-Tests. Ja gut, also, außer halt diese Woche, da habe ich am Donnerstag und halt Freitag an der Operation eingemacht, ähm, jeweils, weil ich einfach mal dachte, komm, try ich doch mal aus. Und, äh, und, ja, actually, äh, digga, ist das gar nicht so, gar nicht so unangenehm. Also, ich meine, ich hatte, hatte es actually im Rachen, habe ich gesagt, sollen die es machen. Nicht durch die Nase, weil, nee, digga, muss das. Aber, ja, hä, aber ist es nicht durch die Nase safer, vom Dingens her? Boah, Junge, keine Ahnung. Also, ich glaube schon. Aber ich habe, ich habe nur, ich kann mir nur vorstellen, dass es durch die Nase halt nochmal viel unangenehmer ist. Ja, ist es safe. Deshalb werde ich, lass die mir kommen. Nee, mach ich lieber so. Also, ich meine, im Mund wird es safe auch nicht so doll angenehm sein, aber legit, das ist in der Nase. Wenn ich da immer allein schon dieses Selbsttest mache, Digga, ich schwöre, mir kommen einfach die Tränen. Ich bin so kurz vom kompletten Heulen einfach. Ich weiß nicht, das, äh, nee, das ist es auch einfach nicht. Ich meine, und dann, und dann sagt die ja immer so, die Lehrer, ja, äh, also, wenn ihr da nicht niest, äh, also, da nie sich voll oft oder irgendwie sowas, ich weiß nicht, ich nie es einfach nicht, mir kommen einfach straight up die Tränen. Weiß ich nicht. Irgendwie ganz weird. Aber, ja. Ey, apropos, dass ich eine scheiß Woche hatte, ich weiß nicht, heute, ich bin auch straight up aufgewacht, ich weiß nicht, was ich mit meinem Handgelenk gemacht habe, und mein rechtes Handgelenk tut einfach irgendwie weh. Es fühlt sich einfach so an, als hätte ich so die ganzen, als wäre ich da so draufgelegen nachts, und es wäre so ultra scheiße, so ultra scheiße draufgelegen. Aber das geht ja normalerweise einfach so relativ schnell wieder weg. Digga, es tut, äh, es tut ja immer noch weh irgendwie, ich weiß nicht, es ist ultra weird. Verstehe ich nicht. Und sonst, das Ding ist, ich hab immer schon Probleme mit so meinem Handgelenk gehabt, aber das war halt immer mein linkes Handgelenk, weil ich da so einmal so draufgeknallt bin, und seitdem, keine Ahnung, wenn ich so mein Handgelenk ein bisschen mehr belaste, mein linkes, Digga, dann tut's halt so ein bisschen weh. Aber, weiß ich nicht, jetzt mein rechtes, auch noch kaputt, egal, perfekt. Was hast du mit deinem einen Handgelenk gemacht? Also, beim linken bin ich halt früher so als kleiner Wutschi, da gehen, okay, beim Fußball bin ich da einmal draufgeknallt, da gehen Grüße raus an meinen, äh, Fußball-Mate, der mich straight up umgeschubst hat, und ich dann voll auf so einen, so einen Stein geknallt bin, und seitdem tut es immer weh, da gehen Grüße und Kuss raus, und, äh, ja, mit meinem Rechten, ich hab keine Ahnung. Du wurdest einfach beim Fußball umge-eatet, wild. Ja. Ja, aber das Ding ist, du musst dir nicht überlegen, dass es während dem Spiel war, während dem Spiel, alles fein, okay, ich hab, ich hab mir schon meinen Fuß umgeknickt, alles beim Fußball, Digga, aber weißt du, es war so nach dem Training, und der Typ wollte eigentlich, glaube ich, nur irgendwie straight up schneller in die Umkleide, weil der Typ im Huren so war, oder ist, und dann hat er mich so umgeschubst, bin ich straight up auf so fetten Stein geknallt mit meinem Handgelenk, und seitdem, ja, also ich bin halt so mit meiner Hand so, äh, ja, und dann hat es sich ein bisschen überdehnt. Kannst du anzeigen, der hat dich für dein Leben deformiert einfach. Ja, ja, okay, weißt du, was mir auch gefallen ist, im Nachhinein, ich hätte einfach straight up die Stadt anzeigen können, weil Digga, mir ist ein fucking Ast von denen auf den Kopf geknallt, ich hätte safe ultra viel Schmerzensgeld bekommen, ich meine, es hat sogar geblutet. Aber daran habe ich in dem Moment leider nicht gedacht, sonst wäre ich jetzt bei safe reich. Ja. Merkst du selber, oder? Ja, hä? Safe, oder? Wenn da so ein Ast hier auf den Kopf kreit, kannst du safe angreifen. Die Stadt ist auch, ähm, ist auch safe schuld, wenn du irgendwie so, der, hey, doch, obviers, auf dem Gehsteig stolperst und dich übel mault. Ja, doch, ja, aber das ist ja was, die Stadt, nein, nein, die Stadt muss ja obviers dafür sorgen, dass bei diesen Bäumen, wenn Wind ist, kein fetter Ast abbricht, dass du gefährdet bist. Ja, what the fuck is the thing, wenn das aber passiert, der obviers, hä, was meinst du, warum ich geblutet hab? Ja, Digga, ich dachte jetzt so ein kleines Stöckchen, das halt ein bisschen spitz war. Ja, okay, es war jetzt kein Riesenast, aber ich sag mal so, der, also, ja, doch, ich hätte dich safe anzeigen können. Ganz ehrlich, scheiß auf dich. Ja, hey, obviers. Ja, ja, Digga, ganz echt, du heulst schon ein bisschen viel jetzt. Nein, ich, Digga, es war, es war jetzt legit, nein, 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 es war ja legit jetzt nicht, nicht, nicht schlimm so von sich, aber, ich mein, Digga, Geld ist Geld, sag ich mal. Ja, nimm an mit. Ich mein, damals hast du auch irgendwie so 100 Millionen bekommen, wenn, wenn du einfach dich bei einem Magus-Kaffee verbrüht hast, nur weil auf dem Kaffee nicht drauf stand, dass er, dass er heiß ist, so. So, sag ich mal, 100, 100 Millionen bekommen, ja. Ja, perfekt. Ja, da war mal eine, also, ich weiß nicht, wie viel Geld die ehrlich bekommen hat, alter, auf jeden Fall Millionenbetrag, ähm, kenne ich eine Story, äh, also habe ich mal gehört, ähm, von jemandem aus den USA, war das, glaube ich, die war schön mit irgendwie ihrer Familie oder so im Drive-In unterwegs, oder innen ist ja auch scheißegal, hat sich auf jeden Fall einen Kaffee rausgelassen, hatte den dann, ja, angefasst, hat gemeint, Digga, der ist heiß, hat ihn fallen gelassen und, äh, hat sich komplett quasi mit dem Kaffee verbrüht und, ähm, hat die da, hat dann Meges angezeigt, weil da nicht drauf stand, dass der Kaffee heiß ist. So. Und dann hat er 100 Millionen bekommen. Ja, weißt du, so einfach, ich muss es halt machen. Das ist, äh, ja, sehr wild. Ja, was soll ich sagen, es ist, es klingt schon, es klingt schon sehr lukrativ, wenn du einfach irgendwo hinwirst, ja, da steht das und das nicht drauf, jetzt zeig ich dich nochmal an. Ey, können wir auch kurz mal, können wir auch kurz mal callen, dass ich Radfahrer nicht verstehe. Weil ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich verstehe nicht, wie man so hobbylos sein kann. Weil ich weiß nicht, wir sind so, das ist mir halt so aufgefallen, weil ich so, das war eigentlich an dem Tag, wo ich, wo ich mit meiner Mom kurz einkaufen war, aber auf jeden Fall, äh, sind wir halt so eine Straße lang gefahren und legit, auf der kompletten Straße, es waren keine Autos, basically. Also vielleicht so ein Auto und so entgegen kommen, das war eigentlich so eine Hauptstraße halt so. Aber es waren legit 20 Milliarden Radfahrer auf dieser Straße. Und ich verstehe es nicht. Dicker, was haben die, also, haben die nichts Besseres zu tun, als da diese random Straße lang zu fahren und ich weiß nicht, was machen die da? Das, was ist, was ist mit denen? Es ist so gefühlt halbe Radfahrinvasion einfach. Hm. Okay, also, okay, es ist wenigstens besser, als wenn, ähm, die einfach, irgendwie, keine Ahnung, obwohl ein Radfahrweg da ist, auf der Straße fahren, da war wenigstens kein Radfahrweg, aber trotzdem, wirklich. Also, ich stelle mir das halt auch nicht geil vor, also, wenn du dann so auf dieser Straße ran cruised, I don't know. Ja, das Ding ist, wenn du, wenn du, hm, ja, dafür habe ich auch noch eine Story zu, zu Rat, zu Rat. Ja, was soll ich da zu großartig sagen? Es ist halt so, ich meine, du musst da richtig begeistert für sein, dass du generell, fahrst. Ja, aber das Ding ist, das sind so gefühlt nur so Rentner und dann denke ich mir so, Digger, dann fahr doch keine Ahnung, irgendwo, wo es niemanden, die dann eben mit ihren E-Bikes rumcruisen, Junge. Ja, oh mein Gott. Dann kannst du auch irgendwie, keine Ahnung, da fahren, wo du niemanden abfuckst. Also, da habe ich auch letztens eine, also eine ältere Dame gesehen, die hatte, die hatte ihr E-Bike und die ist einfach nur mit einem Motor gefahren, Junge, sie hat keinmal getreten. Sie hat wirklich keinmal getreten. Ja doch, die hat das anscheinend irgendwie so umgebaut, dass sie nicht treten. Das ist, glaube ich, illegal. Digger, das ist zu wild gewesen. Wirklich, ich bin der dann, weil die ist halt auch wirklich nicht schnell gefahren. Die ist gerade so schnell gefahren, dass sie nicht, ähm, wackelt und nicht umfällt. Und deshalb war ich, ja, mit dem Laufen ein bisschen langsamer halt, da ist sie. Aber ich habe sie legit über so eine lange Strecke kein einziges Mal reintreten. Frech, Digger. Frech. Es ist genauso wie in Italien, ich glaube, das war in Italien, in Italien haben die, glaube ich, so an Roller legit einfach so Pedalen ran geschraubt, weil ich glaube, das hat dann als E-Bike gezählt. So ein normaler Roller einfach. So, Digger, weiß ich nicht, das war auch irgendwie ultra random. Keine Ahnung. Ja, wenn das erlaubt ist, Junge, das schmeckt. Ja, wirklich, das ist halt ultra dumm. So, du hast so eine normale Roller, dann packst du halt so, so Rollen, so Pedale dran. Digger, ist einfach Bike. Safe. Macht Sinn. Wild, wild, wild. Ey, warte, da hatte ich auch nochmal, ähm, auf jeden Fall war ich letztens, ich war mit einem Felix, mit einem Felix unterwegs, der hier auch schon im Podcast als Gast, als Gast, äh, unterwegs war. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge war das, das war relativ früh, glaube ich. Nee, nee. Nee? Scheiße, da hat gerade kurz, äh, kurz gegämt, und geredet, ist ganz kritisch. Nee, das ist vielleicht ein paar Monate her. War ich hier, äh, am Start, war mega, war mega, äh, wild, und dann, äh, ja, bin ich auf jeden Fall mit ihm rumgefahren, weil der ist 18, wir sind ein bisschen Auto gefahren, ähm, hat mir ein paar Strecken gezeigt, hab ein bisschen draufgetreten, drück, drück, dies, das, äh, war schon wirklich sehr nice, und dann, Junge, no joke, ich hab den besten Call meines Lebens gemacht. Digga, wir haben einfach, ich mein, wir können, wir, sind dann in die nächste Großstadt, äh, gegangen, und da gibt's, äh, so ne Burg, und da haben wir, hab ich dann gesagt, komm, lass du da einfach mal hinfahren, so einfach aus Ding, also ich mein, da waren wir, war ich das letzte Mal gefühlt, als ich im, im Kindergarten unterwegs war, deshalb hat auch, äh, slightly Nostalgie reingekickt, ähm, auf jeden Fall haben wir dann da oben geparkt, äh, sind dann da ein bisschen rumgelaufen, und Digga, no joke, du hast einfach die ganze Stadt von da oben, Digga, du hast so eine nice View, und dann gab's da so ein, äh, Digga, obvies, das ist ne Burg, auf nem Berg, so, das ist geistkrank hoch, und dann gibt's da auch so, ja, halt an der Seite so ne, ja, obvies, ne Burgmauer, und die geht halt mega steil runter, und da unten, äh, geht so irgendwie 30 Meter weit runter, ähm, und da unten sind halt dann erst wieder Weinberge, und dann, das ist halt ein riesiger Berg, so, was soll ich sagen, und da, ähm, haben wir uns dann oben auf die Mauer drauf gehockt, also die Mauer ist jetzt noch nicht so, ist jetzt auch nicht so 30 Zentimeter, äh, äh, dick, sondern auch irgendwie so drei Meter oder so, also konntest du da easy drauf, ähm, Digga, es war ultra nice, wir haben uns da hingehockt, und hatten einfach so ne nice Aussicht auf, auf, äh, den Fluss, auf komplett die Stadt, auf, Alter, es war so wild, und dann sind wir noch ein bisschen oben da rumgelaufen, und, äh, haben dann auch, so Leute gesehen, mit, einfach mit einer, mit Pizzen, und, ja, dann ist mir die Idee des Jahrhunderts gekommen, einfach die Leute nachmachen, da schön zu fünft hochhasseln, jeder ne Pizza, Digga, man hockt sich da auf diese Mauer, chillt dann da einfach, Digga, und genießt sein Leben, weil ich mein, du zahlst da, du zahlst da einfach wirklich gar nichts für, und jetzt bei, äh, bei Corona war da wirklich gar nicht viel los, vor allem abends, glaub ich, dass da wirklich, ähm, nicht mehr allzu viel geht. Also, ich sag mal so, ich hab da eher andere Erfahrungen gemacht, also die letzten Male, wo ich da abends, lang gelaufen, gecruist, was auch immer bin, war es da insane, insane voll, also legit, da war so gefühlt, so Menschenmasse vor der Pizza, äh, Pizzaladen gestanden, also da hab ich jetzt eher andere Dinge, ins Erfahrungen gemacht, aber, ja gut. Ja, Digga, doch nicht bei dem Pizzaladen, sondern da oben, bei der Burg. Ja, aber wenn du dann, allein bis du dann die Pizza bekommst, dann so ewig warten musst, das ist so, also ich mein, du musst halt dann irgendwie in einer anderen Pizzaladen, oder was. aber es ist ja egal, du kannst ja, es gibt ja genug Pizzaläden da, da kannst du ja auch eine andere, äh, aber generell, Digga, du schnappst dir einfach schön was zu essen, tischst dich dann da hoch, und das ist wirklich wild. Ich glaub, du zahlst da, äh, pro Stunde, die du da stehst, zahlst irgendwie einen Euro, das geht fit, und dann, Digga, chillst da oben einfach. Und wir waren da jetzt eine Stunde, war übel entspannt, oder eineinhalb, keine Ahnung. Ey, aber jetzt, wo du's callst, Digga, ich war da ja schon ewig nicht mehr oben. Also legit, als, als Kenia Butchi so, waren wir da, Ja, mit der Grundschule, Digga, wir haben da oben, äh, hier, das Museum angeguckt. Ja, und da waren wir aber so gefühlt, irgendwelche Besichtigung. Da waren wir aber so gefühlt, zweimal im Jahr, so keine Ahnung warum, aber ich war da als, als, als Kenia Butchi, war ich da oben, bei dieser Burg, legit so, jedes halbes Jahr haben wir da mit irgendwas eine Führung durchgemacht. Und das Ding ist, wir haben unten, ist dann halt auch noch so eine Residenz. Und Digga, da waren wir nie. Weil ich war so 20 Mal in dieser Burg und in dieser Residenz war ich so einmal und das war jetzt halt auch so vor zwei Jahren oder so. So, keine Ahnung. Ja, true, in der Residenz war ich, war ich bisher, war ich da einmal unterwegs und in der Burg halt auch, legit, ich mein, wenn, waren wir ja meistens zusammen da. Ich glaube, ich war zweimal private in der Burg. Ja, das kommt bei mir aus zur Gruppe. Aber mehr halt auch nicht und Digga, und dann so 30 Mal mit der Schule. Aber es war auch wirklich jedes Mal einfach wieder geil. Vor allem, wir als kleine Butchies waren noch mal kleiner. Es war alles noch majestätischer und größer. Du hast dich, Digga, es war übel wild. Da haben wir da auch immer unsere Decken ausgebreitet, Junge, schön, schön feschwatt. Junge, das war richtig wild. Ey, aber was du gesagt hast, mit Ausblick war Baba, ich bin heute auch mal ein bisschen kurz spazieren gegangen mit Omi, Digga, und weißt du, was mir da aufgefallen ist? Legit, es ist insane, eigentlich wie, wie dicht besiedelt es bei uns ist. Weil egal, also wir waren halt so ein bisschen auf so einem Berg oder so, mehr oder weniger, und haben halt so ein bisschen durch die Gegend geguckt, so, und egal, in welche Ecke du geschaut hast, in welche Richtung du geschaut hast, da ist irgendwo immer so ein Dorf, so das Ende der Stadt, ein anderer Stadtteil, was auch immer. Legit ist eigentlich insane dicht besiedelt, so die ganze Kacke. Das kommt einem gar nicht so, so krass vor, aber wenn du auf diesem Berg gestanden hast, du hast halt legit überall was gesehen. Überall waren irgendwelche Häuser gestanden. Junge, Digga, die Aussicht, das war auch so geistkrank, oben bei der Burg, du konntest legit das Ende von der Stadt sehen. Also, es ist halt, ich meine, das ist halt schon eine, warte, ab wann zählt es zu einer Großstadt eine Stadt ab 100.000, oder? Cool. 100.000 ist, warte, okay. Äh, ab wann zählt eine Stadt als Großstadt? Ich glaube 100.000. Ja, eine mindestens, Mindesteinwohnerzahl von 100.000. Ja, dann gibt es noch Metropole oder so, Ja, es gibt noch Metropole, es gibt noch, keine Ahnung, ja, das gibt es alles noch. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall ist es halt schon eine, eine Großstadt und, Digga, dass du davon ein, wirklich, das ist so geisteskrank gewesen, die ja diese Ausbildung, es war so wild und dann, äh, du musst dir vorstellen, saßen wir da ein bisschen weiter vorne, halt beim Abgrund, weil, Digga, wir sind ja keine Pussys, so hä? Ich hätte mir so doll vorstellen können, dass du sagst, nee, Digga, lass mal nicht dahin gehen, nicht das runterhälst. Ja, ob wir, das haben wir uns nicht direkt zur Kante gesetzt, weil wir sonst wirklich 30 Meter weit runtergefallen sind. Ah, ich hab's doch gepost. Aber, Pussy, Digga. Ja. Guck mal, wären wir nach hinten runtergefallen, wären wir fünf Meter runtergefallen. Okay? Das ist auch schon heftig. Boah. Ähm, ja, und dann, ja, war irgendwie slightly weird, weil wir haben uns dann so umgedreht, weil wir irgendwas gehört haben. Mir hat so ein alter Mann uns einfach den Weg zurückversperrt und saß da dann, hat erstmal eine Fluppe geraucht. Junge, hat mich irgendwie ein bisschen abgefuckt, aber dann, je nach fünf Minuten, dann war er wieder durchgezogen. Tschüssig. Aber wirklich, Digga, war ultra schön. Müssen wir, ja, müssen wir oben mal mal einen Pee aufnehmen, bei geilem Wetter, bei einer entspannten Pizza. Ui, Digga, da hab ich übel Bock. Ui, Memo. Ja, safe. Safe. Ey, ansonsten hast du eigentlich, äh, Justins neues Auto gesehen. Den Lambo? Mhm. Ja, Digga, sehr wild. Ich weiß nicht, was ich von dieser Sandfarbe halten soll, in der, äh, Ja, Digga, ist halt ultra oft Taxi angewählt. Ich mein gut, den hat er jetzt auch nur, so, für den Sommer. Ah, da kann man schon mal so eine gewagtere Farbe nehmen, aber generell weiß ich nicht, ob so Sandfarben mein, mein Type of Ding wär, weißt du? Ja, ja, also, weiß nicht, die Farbe finde ich ein bisschen low actually und ich finde auch das Auto jetzt nicht so insane, gell? Weil, ich weiß nicht, Lambo ist so gefühlt, okay, der Lambo geht jetzt actually fit so, aber keine Ahnung, wenn du so ein, wenn du so reich bist, so, keine Ahnung, du bist jetzt so ein neuerreicher Spast. Digga, legit, das erste Auto, was du holst, ist ein Drechslambo. Es ist so legit, so eine Karre, die jetzt so aussagt, Alter, guck mal, ich bin reich und ich bin ein Hurensohn. Legit. Weiß ich nicht. Also, weil, keine Ahnung, legit, es ist halt, es ist halt wirklich so, das ist genauso, wie wenn du, keine Ahnung, so ne, so ne Rolex, Datejust oder sowas hast. Digga, legit, das ist so ne, so ne Uhr, die ziehst du instant, wenn du, keine Ahnung, so ein bisschen reicher bist, aber jetzt nicht so insane reich, Digga, dann ziehst du dir die zwei Sachen. Ein Lambo und ne scheiß Rolex Datejust. Weiß ich nicht. Ja, fühl ich beides extrem, äh, also, da würde ich jetzt nicht drüber abrenten. Feier ich, feier ich zu sehr die beiden Sachen. Digga, das sind halt auch Essentials, Ja, okay, Datejust ist zwar ne wilde Uhr, aber trotzdem, weißt du, du weißt, was ich meine. Es ist schon irgendwie ein bisschen low, weiß ich nicht. Ja, Digga, wenn du, wenn du das erste Mal so übel cash hast, dann, dann ist es halt so, dass du dir halt direkt so, weiß ich nicht, Sportwagen rauslässt, ne teure Uhr. aber du könntest ja auch einen anderen Sportwagen nehmen als ein Lambo. Ja, ist ja, Digga, ist ja egal. Ich meine, es gibt auch viele, die jetzt irgendwie direkt so reich, auch wie es, aber Ausnahmen bestätigen, oder so. Ausnahmen bestätigen, ne, ich finde, ich finde nicht, dass man so sagen kann, dass sich jeder, jeder reiche Spasti, Ja, ob wie es, aber man hat so das Gefühl, weiß ich nicht. Ja, also von den YouTubern, die auf jeden Fall in kurzer Zeit an sehr viel Geld gekommen sind, auf jeden Fall, Digga, irgendwie gefühlt die Hälfte hat sich ja Lambo, Lambo gezogen, also da, stimmt schon, ja. Das ist, das ist insane, was da abgeht. Junge, früher hätte man auch gar nicht damit gerechnet, dass du so viel Geld durch irgendwie Social Media, YouTube, Ja, save. Junge, machst, ich meine, wenn du dir das mal anguckst, hier, was, was Unge oder Trimax, Junge, monatlich verdienen, die verdienen, wie, das ist geisteskrank, Mann, das ist geisteskrank. Ja, wirklich, wirklich, und du denkst so, eigentlich ist das ja jetzt keine krasse Arbeit so an sich, also überhaupt nicht, da ist schon, what the fuck, es ist immer, wenn dir mal irgendwie Monte anguckst, der hockt da in seinem, in seinem Gamingkeller, streamt da, hat seine Angestellten, die er, äh, irgendwie bezahlt, dass sie YouTube-Videos schneiden, äh, er sorgt halt für den Content, gut, er ist auch eine, eine interessante Person so, das, äh, ist gar nicht, gar nicht, äh, von der Hand zu weisen, sagt man das so, keine Ahnung, ähm, ey, Digga, stimmt schon, Monte ist halt übel interessant, und ich, ich bin halt auch extremer Fan, einfach von seinen Real-Life-Stories und allem gewesen, auch von den Videos, Digga, alles, äh, übel nice so, aber, so richtig Arbeit, dahinter steckt er jetzt nicht, Digga, er hat halt einfach nur was, was gefunden, was ihm Spaß macht, und was halt einfach funktioniert, und so Baba, ich mein, wir erzählen hier unsere Stories, und haben 903 Aufrufe, auf YouTube, da musst du halt überlegen, äh, ist bei uns die Story einfach nur nicht interessant, oder sind wir, Digga, okay, na, das Ding ist, du musst dir so überlegen, äh, aktuell ist es halt so, dass jeder Spaßt, einen Podcast rausbringt, es ist leider so, ja, also, ja, Digga, das ist mir, das ist mir auch so bewusst geworden, Digga, da hab ich letztens einen Chef Strobel Podcast gesehen, und dachte mir, holy shit, jetzt fängt jeder an, es gibt jetzt auch einen Worldwide Wohnzimmer Podcast, ja, aber dazu, äh, wir sind nicht die, wir sind nicht die Letzten, die einen angefangen haben, 22.03.2020, und wir haben einfach nur angefangen, wegen, wegen Edeltalk, ja, ist so, das ist halt, ja, wir haben, wir waren, also, das ist ja genauso mit Twitch, äh, man hat so das Gefühl, es gibt gerade so zwei Tents, einmal Podcast anfangen, und zweitens, äh, Twitch, äh, mit Twitch streamen anfangen, also, keine Ahnung, das ist halt irgendwie, ja, weird, I guess, aber, naja, und, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, ich bin halt auf der YouTube Startseite gerade halt, auf, wie ist das, weil ich so, mein Browser halt offen hab, und Digga, da ist ein offen und ehrlich Video, und da ist Papa Pi einfach drauf, ja, ich hab's mir, ich hab's mir noch nicht reingezogen, ich hab's mir auch noch nicht, ich, das Ding ist, ich hatte, ich, ich brauch, ich muss so ein bisschen Puffer mir wieder aufsparen, weil ich so viele YouTube Videos halt, ähm, jetzt die letzten zwei Tage angeguckt hab, Digga, weil ich ja sonst nichts machen kann, ich hab auch keine Videos mehr, ich muss, ich muss den ganzen Tag im, im Bett liegen, darf mich nicht irgendwie anstrengen, dies, das, deshalb muss ich mir da Puffer aufbauen, oder bin halt am Netflix gucken, und gefühlt, weißt du, ich hab ja hier Modern Family, Was schaust du gerade auf Netflix? Ja, immer noch mein Modern Family, bin ich noch nicht fertig, hab ich irgendwie vor zwei Monaten, hab ich's empfohlen, bin immer noch nicht durch, ähm, aber gefühlt, wirklich, bei Modern Family, das ist ja so, klar hast du so ne, so ne Storyline, aber jede Folge ist so unabhängig voneinander eigentlich, also, du musst nur den Anfang der Staffel, weil da verändert sich halt so, das Main-Ding, weil das geht ja irgendwie über mehrere Jahre, ich glaub 15 Jahre oder so, äh, lief das, und wurde das gedreht, da werden die Leute erwachsen, die Stars, holy moly, ja, ja, Digga, du kriegst schon extrem viel mit, ähm, und, aber die Stories sind so, äh, unabhängig halt, ähm, und, Digga, dann hab ich so geguckt, und dann kam, bin ich heute zu ner Folge gekommen, und das war so ne, ja, war so ne Halloween-Folge, und das Ding ist, mir, mir bleiben wirklich keine Folgen von dieser Serie, bleiben mir im Kopf, außer die Halloween-Folgen, und, dann guck ich mir ne Halloween-Folge an, und, denk mir, holy shit, warum bring die schon wieder ne Halloween-Folge, Digga, das kam doch erst gefühlt vor zwei Folgen eine, und dann, Digga, holy shit, ich bin auch zu süchtig nach dieser Serie, ich guck viel zu viel, haha, ja, aber legit, wenn du so ne Serie hast, die du richtig, krass fühlst, Digga, dann sucht ich die auch so geisteskrank durch, das Ding ist, ich weiß nicht, ich find's irgendwie nicht geil, äh, so jetzt auf Disney Plus oder so, wenn dann ja neue Serien oder so rauskommen, Digga, dann kommen die Serien immer so wochenweise raus, und Digga, ich weiß nicht, aber ich kann eine Serie nicht krass fühlen, wenn die nur so wochenweise rauskommt, Digga, ich weiß nicht, das fuckt mich ultra ab, wenn, dann musst du so richtig krass durchsuchten, und dann fühl ich's irgendwie, aber wenn ich da so ne Woche warten muss, bis dann die nächste Woche, äh, bis dann die nächste Folge, äh, beinah mein Mikrofon umgeschossen, direkt, bis dann ne neue Folge rauskommt, weiß ich nicht, dann fühl ich's irgendwie nicht so, weil irgendwie so, ich hab von vielen so gehört, dass sie dann so meinen, ja, sie find's eigentlich ganz nice, weil dann ist so Vorfreude da, weißt du, und dann denkst du dir so die ganze Woche, alter nice, ich muss auf die nächste Folge warten, aber ne, das fühl ich nicht, da vergeht mir einfach so die Lust, da, ne, das, das ist auch nicht so mein, mein Type of Serie, wenn dann, sollen so direkt, äh, zwei Staffeln von irgendwie in der Serie rauskommen, ich mein, Digga, da gehst du halt als, ähm, Produzent, gehst halt ein übelstes Risiko ein, dass es ein, dass es halt ein Flop wird, aber, Digga, am Ende lebst du halt das Risiko, Junge, und das, das Problem ist, jetzt zum Beispiel bei meinen, bei meinen Serien, Digga, ich würde so gerne, so gerne einfach zweite Staffeln haben, aber es gibt einfach nur eine, oder wenn, dann kommen die, brauchen die immer so, jahrelang legit, bis die, was Neues rausbringen, ich glaube hier, wiege ich meine, meine On-My-Block, ähm, Dings, da geht es irgendwie so um, um, äh, ja, Kriminalität, äh, um so, halt so ein Ghetto, und so Leute, die da leben, so Jugendliche, und, Digga, das ist eigentlich übel, das ist übel die geile Serie, legit, aber, da kam jetzt, glaube ich, auch schon seit einem, seit einem Jahr oder so, kam da, kam da keine neue, äh, Staffel, glaube ich. Ja, das, das Ding ist halt, wenn du da immer so lange Pause hast, ist halt insane low, weil, äh, was war das gerade, ich weiß nicht, ähm, weil, keine Ahnung, so, du fängst dann so gefühlt wieder von so Null an, und hast dann so die Hälfte vergessen einfach, und ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht. Ja, gut, bei mir war das jetzt nicht so schlimm, weil ich hab, ähm, ja, circa vor einem Jahr im, im Skiurlaub, hab ich, glaube ich, die Serie angefangen, und dann, ja, kam halt, Ende, Ende letzten Jahres, oder, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann die dritte Staffel da rauskam, aber, Digga, bei mir, bei mir ging's halt noch gerade so von dem Zeitraum, aber, an sich, willst du halt wirklich einfach so eine komplette Serie haben, wie halt jetzt, ähm, bei mir, äh, Modern Family, wo du, warte, wie viele, wie viele Staffeln hast du? Ja, da kannst du ja ewig dran schauen, weißt du? Digga, das Ding hat, zehn Staffeln, mit jeweils, circa, 24, äh, Folgen pro Staffel, ich bin jetzt bei, ja, Staffel, Staffel, 8, letzte Folge, also, Digga, ich hab halt noch, zwei Staffeln vor mir, Digga, zwei schöne Staffeln, Digga, die reichen noch jetzt, ja, safe, und dann muss ich mir halt was Neues suchen und dann wird's wieder kritisch, weil dann finde ich wieder nichts, Digga, und dies und das und, oh, ja, scheiße, wenn ich allein daran denke, werd ich ein bisschen sauer, oh man, By the way, falls ihr gute Netflix-Serien habt, ja, immer, immer gerne Empfehlungen rausschallern, sag ich mal, kann man immer gebrauchen, egal von welchem Streaming-Anbieter, ja, true, wir, wir haben alles, und wenn nicht, dann holen wir es uns einfach nur aus Flex, ähm, ja, hättest du noch was, oder? nee, wir können, äh, vor heute, glaube ich, dann sind wir, sind wir durch, dann wünsche ich euch noch einen, schönen Abend, einen wunderschönen, ähm, Tag, und, ja, folgt uns, ach Digga, wir haben gar keine Werbung, oh, überall, ähm, und, ja, ciao, ciao, tschüss, Möp Möp.